Sprechen wir über die Renntechnologie, wenn es um Telemetrie geht beim neuen Lamborghini Urakan STO. Ja, heutzutage ist alles digital und da macht auch der Urakan STO gar keinen Unterschied. Allerdings, Telemetrie, dazu braucht man nur ein Smartphone und die Unica-App von Lamborghini, denn die verbindet sich mit den Onboard-Kameras und mit der Lamborghini Cloud, Connected Cloud, so heißt das, und die beiden zusammen analysieren dann mein Fahrkönnen, wenn ich auf der Rennstrecke mit dem Urakan STO war. Und ich weiß schon, wir halten uns alle für super tolle Fahrer. Wir sind super, super schnell, aber es gibt halt auch Situationen, da ist man einfach zu schnell. Ja, geht auch auf der Rennstrecke, dass man zu schnell ist oder zu früh bremst, zu wenig bremst. Und die App kann dir das ganz genau sagen und kann dir dein Fahrverhalten verbessern und durch die Analysen bekommst du ein viel intensiveres Fahrerlebnis. Und am Ende geht es darum, du wirst besser, dein Auto wird besser und du bist schneller und sicherer unterwegs.